Neue Konkurrenz, das sagt Niabry über seine Bayern-Zukunft. Nach der Verpflichtung von Michael Ohlisse hat sich die Konkurrenz des FC Bayern um die Verpflichtung von Serge Niabry verschärft. Der 28-Jährige gilt als Verkaufskandidat für die Münchner. Der Offensivspieler äußert sich nun zu seiner Zukunft. München, der FC Bayern steht vor der kommenden Saisons offenbar vor einer umfassenden Umstrukturierung seiner Offensivformation. Der Transfer von Flügelspieler Michael Ohlisse wurde bereits bestätigt. Der 22-Jährige kommt von Crystal Palace und die Bayern-Busse haben ihm eine Ablösesumme von bis zu 60 Millionen Euro auferlegt. Auch für den neuen Trainer Vincent Kospany gilt Ohlisse als Wunschspielerin. Das bedeutet, dass der neue Spieler vorerst an die Startelf aufgenommen wird. Für Serge Niabry bedeutet dies einen weiteren Rivalen. Auch Bayern München soll weiterhin großes Interesse an einer Verpflichtung von Xavi Simons haben. Auch das niederländische Supertalent wird nicht auf die Bank gesetzt. Niabry, letzte Saison war keine gute Saisons für uns. Niabry gilt derzeit jedenfalls als Verkaufskandidat der Bayern. Obwohl er schon mehrfach verletzungsbedingt ausfiel, gehört er auch zu den Spitzenverdienern des deutschen Rekordmeisters. Es wird erwartet, dass er in München bis zu 19 Millionen Euro im Jahr verdient. Niabry äußerte sich zu seiner Zukunft. Auf die Frage, ob er sich einen Verbleib beim FC Bayern nach seinem Vertragsende 2026 vorstellen könne, sagte Niabry mit Blick auf die nächste Saison. Die letzte Saison war verletzungsbedingt keine gute Saisons für uns und auch für mich persönlich. Alle haben es letzte Saisons vergessen. Deshalb möchte ich, dass alle wieder angreifen. Die Karten werden neu gemischt, aber ich werde in der nächsten Saison mein Bestes geben. Das ist auch interessant.